So, schon wieder waren die meisten obersten Gewinnklassen letzten Samstag bei der Ziehung leer. Heißt natürlich, unser Jackpot, der ist noch zu haben. Deswegen gibt es heute die sechs richtigen mit der passenden Superzahl. Damit haben sie eine Chance auf rund sechs Millionen Euro. Und mit dieser ersten Lottozahl geht es los. Knappszahl die 22. Aber auch ohne Superzahl haben sie heute natürlich die Möglichkeit, mal wieder eine größere Summe abzuräumen. Denn in Gewinnklasse 2 warten heute rund vier Millionen Euro. Also auch da ist mal wieder einiges zu holen heute. Nächste ist die 49. Denn für den einfachen Sechser ist viel höher. Also für die vier Millionen 1 zu 15,5 Millionen, um genau zu sein. Beim Jackpot sind es 1 zu 140 Millionen. Also vier bessere Chancen. Nächste Lottozahl ist die 24. Und noch besser ist die Chance bei unserer Zusatzlotterie, nämlich beim Spiel 77. 1 zu 10 Millionen sind es da. Und da geht es heute mit der sieben richtigen Ziffer um etwas mehr als eine Million Euro. Vielleicht haben sie ja da mitgespielt. Nächste Lottozahl die 2. Und am Samstag haben wir uns natürlich mal wieder gefreut über recht viele Tipper, die beim Super 6 Glück hatten. Bei unserer anderen Zusatzlotterie insgesamt sieben Glückspilze mit jeweils 100.000 Euro. Vorletzte Lottozahl, die 42. Und ich verrate hier noch, wo die herkommen, nämlich quer über die Republik verteilt einmal Baden-Württemberg, in Bayern, in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und hier im Saarland. Also Glückwunsch an alle Gewinner. Und die letzte für heute ist die 47. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier sind die sechs richtigen. So, sie sind im Bilde. Jetzt nochmal zwei dazu. Dann brauchen sie die 1 als Superzahl. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal alle Gewinnzahlen an. Hier erstmal die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 2, 22, 24, 42, 47, 49 und die Superzahl 1.